Asyl in Not wurde als Unterstützungskomitee für politisch verfolgte Ausländer 1985 als gemeinnützige, überparteiliche Organisation gegründet. Wissenschaftler, Beamte, Künstler und Flüchtlinge sind in dieser Organisation tätig und setzen sich für Rechte von Flüchtlingen ein. Sie ist eine bedeutende österreichische NGO im Bereich der Flüchtlingshilfe. Im Schnitt werden jährlich 3000 Beratungsgespräche geführt und 600 bis 700 Rechtsmittel ergriffen. Obmann ist seit 2004 Michael Genner. Gründung und Ziele, zu den Mitgründern zählte der Sänger Willi Reseteritz, der auch wesentlichen Anteil an der Gründung von SOS mit Mensch und des Integrationshauses Wien hatte. Das Leitbild des Vereins ist knapp und deutlich. Wir verfechten das Recht auf Asyl. Wir wenden uns gegen eine Festung Europa. Wir kämpfen für Freiheit und Demokratie. Asyl in Not versteht sich als politische Bewegung und sagt explizit, dabei stehen wir parteiisch auf der Seite der Flüchtlinge, deren Menschenrechte von Behörden dieses Landes immer wieder gebrochen werden. Weiters, kein eiserner Vorhang soll die Reichen von den armen Länder trinnen. Die konkrete Arbeit bezieht sich auf Rechtsberatung, Rechtsvertretung und soziale Betreuung im Asylverfahren und auch danach. Die Rechtsberatungen und Betreuung ist unentgeltlich. Des Weiteren möchte Asyl in Not ein Bewusstsein für die Hilfsbedürftigkeit und Not der Flüchtlinge schaffen. Charakteristik Begründung Reine Selbstdarstellung Liberaler Humanist 2.13.29 Mehr Genner beschreibt in einem Beitrag zu Dema Schmess die Gewalt des neoliberalen Staates seine Erfahrungen beim Flughafen Sozialdienst in Wien-Schwächart. So etwas wie eine Zivilgesellschaft gab es im Asylbereich zunächst kaum. NGOs alten Typs waren nicht politisch, sondern karitativ humanitär. Ihre Aufgabe sahen sie darin dem Staat Arbeit abzunehmen. Verteilen von Decken, Lebensmitteln, Deutschunterricht 1989 trat mit dem Flughafen Sozialdienst erstmals eine NGO neuen Typs auf den Plan. Ostern 1989 Eskalation In Schwächart landeten mehrere Flugzeuge mit Flüchtlingen aus der Türkei. Die Polizei verweigerte ihnen die Einreise. Das verstieß nicht nur gegen die Genfer Flüchtlingskonvention, sondern auch gegen das 1954 zwischen Österreich und der Türkei geschlossene Abkommen über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht. Es war ein reiner Willkürakt. In der Türkei herrschte Krieg. 1984 hatte der Aufstand der kurdischen Arbeiterpartei begonnen. Die türkische Armee führte ethnische Säuberungen durch. Die Zivilbevölkerung versuchte dorthin zu entkommen, wo es Angehörige und Freunde gab. Viele Kurdenflüchtlinge, die in Schwächart strandeten, hatten Verwandte in Wien. Die Wiener Familien versammelten sich in der Ankunftshalle, unterstützt von inländischen Aktivisten, die sich zum Flughafen Sozialdienst zusammenschlossen. Die erste Kraftprobe zwischen Staat und NGOs im Asylbereich begann Michael Genner. Vor 20 Jahren. Der Flughafen Sozialdienst dieser kämpferische Geist prägte sowohl die Arbeit Genners beim Flughafen Sozialdienst als auch bei Asyl in Not. Wo er 1993 als Rechtsberater zu arbeiten begann 1994 zum Geschäftsführer bestellt und 2004 zum Obmann gewählt wurde. Zwar ist Genner seit November 2013 als Rechtsberater in Pension, er führt aber immer noch einige Asylverfahren selbst und unterstützt die jungen Mitarbeiter bei ihrer Arbeit. Er hat durch seine mehr als 20-jährige Tätigkeit im Verein diesen maßgeblich geprägt. Tätigkeit Das Büro von Asyl in Not befindet sich im Wiener Wug in der Weringer Straße. Die Organisation ist mit zahlreichen kritischen NGOs bestens vernetzt, darunter die Asylkoordination, das Flüchtlingsprojekt von Ute Bock, das Integrationshaus Wien und die Plattform Jetzt Zeichen setzen, veranstaltet selbst Demonstrationen, gibt Presse-Aussendungen heraus und beteiligt sich an einer Reihe von Initiativen der Zivilgesellschaft. Trotz seiner kämpferischen Haltung wurde Asyl in Not im Laufe der Zeit auch von den Behörden anerkannt und ist beispielsweise an der Bestellung des Menschenrechtsbeirats beteiligt. Im Mai 2010 strahlte der ORF mehrfach einen TV-Spot für das Projekt aus, welcher von Regisseur Roland Zumbühl gestaltet wurde. Zunehmend besteht auch internationale Wernitzung, zum Beispiel mit dem Dublin Transnational Project. Asyl in Not veranstaltet jährlich seit 1996 Kunstauktionen für politische Flüchtlinge unter dem Titel Kunst-Asyl. Künstler wie Hermann Nitsch, Ulrich Seidel, Thomas Draschan, Gunter Damisch, Onar B., Paul Flora, Adolf Frohner, Arnulf Reiner und andere spendeten schon Werke. 90 Personen haben Asyl bekommen, 36 Personen subsidiären Schutz, 15 Rückkehrentscheidungen wurden auf Dauer für unzulässig erklärt, so dass die Betroffenen Aufenthaltstitel bekamen. 141 Menschen erhielten somit dank unserem rechtlichen Beistand in Österreich Schutz und Aufenthaltsrecht. Asyl um Not kümmert sich nicht nur um politische Flüchtlinge, sondern auch um Personen, die aus verschiedenen Gründen in ihrem Heimatland diskriminiert und verfolgt werden, wie beispielsweise um Transgender-Personen. Der Schwerpunkt der Tätigkeit des Vereins liegt in Ostösterreich, wo sich mit der Bundesbetreuungsstelle Ost in Treiskirchen auch das größte Aufnahmelager Österreichs befindet. Eine enge Kooperation besteht jedoch auch mit Tiroler Flüchtlingsinitiativen, wie der Plattform Bleiberecht und früher mit der AGE Schubhaft Innsbruck, deren Vertrag mit dem Bundesministerium für Inneres im Jahr 2005 nicht verlängert wurde. 2013 schrieb Gunter auf der Homepage von Asyl in Not einen Artikel »Schlepper und Lumpen«, in dem er ehrliche Schlepper, die saubere Arbeit machen als Dienstleister bezeichnete, die eine sozial nützliche Tätigkeit verrichten. Gunter wurde der Gutheißung einer mit Freiheitsstrafe bedrohten Handlung angeklagt, die geeignet ist, das allgemeine Rechtsempfinden zu empören bzw. zur Begehung einer solchen Handlung aufzureizen. Gunter erhielt spontane Unterstützung aus der Zivilgesellschaft, so von der Menschenrechtsaktivistin und Journalistin Susanne Scholl, sowie von Johannes Forgenhuber, der darauf hinwies, dass die Staatsanwaltschaft auf gröbliche Weise das elementare Grundrecht auf Meinungsfreiheit verletze. Ebenso gäbe es humanitäre Gründe zur Fluchthilfe, die nicht als Schlepperei bezeichnet werden könne. Genners Anwalt erhob erfolgreich Einspruch gegen die Anklageschrift »Die Oberstaatsanwaltschaft« Wien wies daraufhin die Staatsanwaltschaft an, die Klage zurückzuziehen. 2015 startete Asyl in Not die Kampagne »Refugees Weicham« und gehört auch seit der Gründung am 28. August 2015 der Plattform für menschliche Asylpolitik an. Am 19. Juli 2015 forderte eine vom Verein organisierte Demonstration am Wiener Minoritenplatz den sofortigen Rücktritt der österreichischen Innenministerin Johanna Mikleitner wegen der Rückschiebung der Art schwer traumatisierter Flüchtlinge, was laut ORF dazu führte, dass die Crew der Fluglinie Ostrien den Transport verweigerte. Für Aufregung hatte auch gesorgt, dass das Innenministerium angekündigt hatte, keine Asylanträge mehr zu bearbeiten. Über die Arbeit von Asyl in Not wird regelmäßig in den Medien berichtet. Im Oktober 2014 stellte das Magazin News im Beitrag »Die wichtigsten Fragen zur aktuellen Flüchtlingsdebatte« »Die Positionen von Innenministerium und Asyl in Not gegenüber«. Auszeichnungen 1991 Bruno Kreisky Preis für Verdienste um die Menschenrechte 2011 Menschenrechtspreis der österreichischen Liga für Menschenrechte für Michael Genner als Vereinsobmann 2 2 0 2 1 1 3